Hallo, wir spielen weiter. Wir hatten eben gerade schon einen Versuch, aber das WLAN ist bei dem anderen Menschen hier verunglückt. So, genau, verunglückt. Genau, bei Lenny nämlich. Wir wollen ja kinderfreundlich bleiben und das wird nicht auf Tito Kids angezeigt. Oh, jetzt muss ich mir wieder das Secret zeigen. Muss man das da extra hochladen? Ah ja, stimmt, es gibt ein Secret. Oder halt ein Glitch in der Merz. Ein Secret, nie ist der Eck. Vertraut mich. Das wird Rocco machen, wenn... Ich weiß nicht, warum. Isaac schneidet es dann für euch rein. Das ist zu lange dauert. Ach nee. Hast du gesehen, der hat ein Hohlkreuz? Und dann möchtest du es nochmal vorlesen. Okay, okay. Ganz schnell. Ich schicke, ich schicke. Okay. Jetzt versuche ich es nicht lustig zu sein und lege es ganz langsam. Daran hatte ich tatsächlich nicht gedacht. Ach nein. Was ist das für ein Nord? Weißt du, ich weiß nicht, was es ist. Mein Volk hat es ganz sicher nicht gebaut. Wer dann? Die Heiko? Heiko? Einfach Heiko aus der Nachbar. Heiko. Wahrscheinlich so, das hätte ich vor meine Stadt zu bauen. Was hält dir rein? Aber das ist riesig. Weißt du ja nicht früher, aber wie lange... Hey! Ich wollte nur, ich wollte nur, dass der ganze Text auf einmal lasst. Ich möchte, ich wüsste, hier schmutzige Maggi hat mich lange zu lange wahrscheinlich schlafen lassen. Hoffentlich fanden wir jetzt bald raus. Finden. So. Wie viele nicht diese Vorlese-Taktik? Nächstes Mal wird sie nicht wieder. Weil ihr auch nicht lesen könnt, wie heißt Text, bucht euch ein. Bucht euch ein Buch von... Warte, 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 es ist. Nein, 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 es ist. Also, okay, okay. Der läuft wieder, wer komisch ist. Das ist hier ein Verstecker, wer sagt, okay. Warte, 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 ich hab' einen Trick, okay. Warte, 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 nicht noch nicht. Okay. Das ist fast alle drei eingeloggt. Okay, ich bin drin. Eingeloggt. Alles gut, alles gut. Ich weiß, wie man das nämlich really macht. Wheelie. Zack. Hi. Na? Warte, ne, warte, geh nicht rein, geh nicht rein, geh nicht rein. Wir zeigen's einfach, ähm, wir sagen's einfach. Gleichzeitig. Na. Oh. Oh. Drei. Warte. Ich zieh drauf. Okay. Drei, zwei, eins. Ja! Schisch, äh, wenn man, äh, zu nahe kommt, dann kommt dir so eine Wand und wenn man nicht, dann kann man sich hier rumtippen und rumlaufen. Ja, seht ihr, was ist der Eck? Oh, lass die Bäume töten. Oh, mein Gott, sind die breit? Was? Ach so. Es sah aus die Papp, Marius, als würden die nur so stehen, verstehst du? So vom Paper Mario-mäßig. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, das Ding ist, äh, das Ding ist viereckig. Baum! Biologie. Ah, warte, da gibt's mir Schattenenergie. Ja. Ich find wie der weiß. Und die Mars-Lurys. Bist du einfach Michael Jackson geworden? Verstehst du bei der Mann? Schießen. Weil mein Kinder vergewaltigt hat. Okay, wir spielen jetzt. Hallo. Der Formal kann ja einfach zum Ende gehen. Das ist sehr lustig. So. Inwiefern wird ihr das beurteilt und wir spielen beide. Leisten gleich da, wenn wir aufhören sollen mit YouTube. Ah, da ist es. Und die ist falsch nicht. Ah, da ist es, warte, warte. Nein, 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 nein. Ja, 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 ich warte, ich warte. Nein, nein, nein. Du blödes Genie. Mach nie. Und dann, der kommt zu mir. Ey, du bist so kacke. Warte, warte, warte. Meine Kids. Du dummer Bastard. Warte, warte. Komm, wir machen du. Das ist ein Mensch. Wir machen da Wicke. Warte, warte, warte. Warte, warte. Du den Hintern. Okay, okay, warte, warte, warte. Lass mich raten, was kommt. Okay. Warte, guck mal, was ich kann. Guck mal, ich kann. Guck mal, geh weg. Guck mal, wie krass das ist. Nichts da. Ja, ich bin so klug. Warte, äh, C. Ah, die Schriftleute habe ich mir gar nicht benutzt. Hier war eine Schriftleute. Warte mal, warte mal, ich glaube, ich habe eine vergessen. Echt? Nein. Das ist safe, keine. Warte mal. Warte. Ah, hinter der Mauer. Komm with me. I come with you. Das heißt, du kannst nicht Lenny. So. Dies ist ein tricky Level. Ich zeig dir, wie es geht. Ja, weil ich, weil ich mir schon denken kann, wie es geht. Okay. Du machst das eigentlich auf der gespiegelten Seite, aber ist okay. Meine Kids. Ich habe eigentlich F gedrückt. Ich habe eigentlich F gedrückt. Es ist so verwirrend. Nicht, nichts Ding Dong machen. Es kommt einer. Ist das wichtigste. Ist ja schon weg. Also hatte ich dir, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Okay. Okay. Atom ist ein Bogenschütze. Ich weiß. Pass auf, pass auf, pass auf. Du stehst gerne. Er sieht dich. Der gar nicht. Doch, der schießt auf dich. Ich kann den nicht. Ich kann den nicht abwerfen. Doch. Hier irgendwo. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe vom Typ noch Blätterste gedrückt gehalten. Lass mich mal machen. Nee, du gehst da recht. Okay, okay. Ich werde den Fähler schienen aufzuladen, anstatt zu verwenden. Okay. Achso, ich gehe den Weißen. Okay. Oh, du hast es noch geschafft. Weil der einer kommt. Wo? Der gleitet wieder hier. Achso, achso. Alter, war es so langsam. Bogenschütze. Ich mache nicht schon weg. Ich mache nicht schon weg. Er schießt. Mal gucken, wer zuerst war. Ich war zuerst. Vielleicht töte röt der. Ja, ja, ja. Er hat mich gesehen. Nein, nein. Nein. Ey. Ah, fuck. Er hat sich. Er hat sich in der Gesellschaft. Ach, scheiße. Hurensohn. Wer? Oh, man. Wir stellen uns nur an, Leute. Um euch zu zeigen, wie schwer es wäre für euch. Kommt irgendeinem Sound, wenn du eine Maus bewegst. Tatsächlich, als könnte man irgendwie so irgendwas auswählen. Ja, im Rad switchen oder so. Genau, ja, ja. So sehe ich in den Fähigkeiten. Warte, warte. Okay, du wie der weiß. Okay. Alter, kommt gleich wieder. Alter, wie krass ich bin. Alter. Ja, hauptsache der Bogenschütze nicht. Äh, warte, 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 ich, 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 ich leertaste den Typen. Äh, ich hole mir den Bogenschützen. Hat nicht funktioniert. Krass gemacht. Äh, keine Erlaubnis. Ich mache ihn weg. Ich mache seine Leiche weg. Ich hole mir den Bogenschützen. Warte, 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 äh, warte, äh, okay, okay, okay. Ich weiß, wie das geht. Mit dem Bogenschützen. Ja, hochreden, umbringen. Ja, eben. Warte, warte. Da ist noch ein Typ. Warte, jetzt benutze ich mal die Glocke und Schienen. Pass auf. Warte, warte. Ja, der eine Bogenschützer auf deiner Seite. Ich kenne den. So, wann. Ach so, er sieht dich. Ab ihn. Absolut nicht. Doch, er hat ganz Frage gezeigt. Klinge, wird hier nochmal gespannt. Warum? Äh, guck mal, ob hier wer ist. Ich reiche nicht so weit. So, v. Nee. Aber hier ist eine Schüsse. So, man kann hier gar nicht springen, dem Game-Lol. Nee, nee. Weil ich schon so auf Versuch. Aber nochmal, ich könnte jetzt wieder... Wann brauche ich springen, denn GM wird teleportiert? Ja, wenn man irgendwie kurz auch mal, jetzt habe ich hier außerdem eh gedrückt. F1. Ach so, aus. Wollen wir nehmen jetzt einen Kunai holen. Na, ach. Ich finde es, ich finde es cool, dass man so aus der Fernekel kann ab und zu. Ja. Du, in Dela hätte zum Beispiel ein Kunai übelst krass geholfen? Doch, doch. Das war der Punkt, wo Lenny richtig schlecht wurde, als er anfangen mit dem Kunai zu spielen und Mercy auch, dadurch, da habe ich wenig Bock drauf, dass das auch noch... Okay, warte, warte. Ich habe mir den Kunai generell spät geholt. Oh, Schatz, ich bin nicht schlecht. Nein, ich bin nicht unten. Okay, erst mal die Bogenschützen oben. Das ist blind, glaube ich. Der guckt auf mich, aber sieht mich nicht. Wie viele Bogenschützen? Ah, da gibt es noch einen hinten. Na, da oben, da sind alle tot, dann alle tot. Ja, ich weiß doch, wo er ist, der hier, oder? Da meine ich gar nicht den nur meins. Es gibt noch einen. Ich glaube, Faki, gibt es gar keinen Schatten. Oh, ich glaube, der... Mathe, erst gelb, aber es gäb. Bei gelb wird er nicht, gell? Ne, ne. Also, als er hat es noch was eingebildet, dann geht. Bogenschützen schießen dann schon, aber sie blasen keinen Alarm auf jeden Fall. Ich mache mal Mercy-Taktik. Was ist Mercy-Taktik? Mit Unsicherheit zu jedem Laufen und sich umbringen. Okay, ihr habt jetzt alle Bogenschütten. Jetzt komme ich nach unten. Ah, ich muss einfach runterspringen. Oh, ist hier unten alles tot? Ne, die zwei erleben noch. Deiner war. Warte, warte, warte. Ich mache das, ich mache das, ich mache das. Hey, Geck. Geck. Ich habe geklingelt. Oh mein Gott, war das knapp. Marius hat ich komplett umsonst mal in ein schwarzes Loch. Ja, du vollidiot. Der war gelb und du hast geklingelt. Dadurch hat er gerade fast unterrührt. Das war gut. So, warte, ich will benutzen kurz. Warte, 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 warte. Gehen wir beide zugleich? Will ich sagen, oder? Was ist? Kann man mit? Hey, ich liebe sowas irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Was ist? Das hier. Es ist übel scheiße geanimiert und so, aber ja, an sich das in Wirfnis geholt. Koi Kacke, das ist. Das geht durch Holzgleich. Ich habe das gleich dann einfach so, das ist, und der Strahl geht weiter durch, so durchsäugelt. Nein, 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 das will ich sein. Riechleicht. Äh, so, da hier gehe ich gerne links. Ja, genau, da geht es. Dann gibt es den Typen da oben. Dann gibt es den da hinten. Äh, die zwei. Den Bogenschützen. Warte, ich mache einfach mal Gannoko, okay. Aber ich kann das Licht wegmachen. Oh, jetzt habe ich eh geduldig, scheißidiot. Hm, das hat noch etwas gehört. Nee, ich habe geklingelt, deswegen. Gewerke. Es hat keiner gehört. Doch, einer war hier. Was ist denn das für Wasserscheine, lol? Ich mache das. Junge, du Hurensohn. Ist doch ein heimliches Töten. Ja, das ist mir doch egal. Jetzt habe ich ein... Ja, geil. Danke. Ich kann nicht einfach, dass du dann einfach random... Hä, du hast es für den Tee gestillt, als ich Karin benutzt habe. Warum bist du dann einfach random zu einem Typen gelaufen? Nee, ich wollte die Unsichtbarkeit halt noch aussetzen, um den Punkt wieder zurückzuholen. Was soll das denn? Was für ein Geiler, Digger? Nein, was bist du für ein Hurensohn? Ich will ein Killsteam, genau wie du, Minion. Nein, das ist einfach Hurensohn, das ist nicht Killsteam. Das ist... Das ist ein Killsteam. Das ist, äh, verlieren wollen. Oh, fuck. Warte, bitte, bitte mich zu... Nicht... Oh Gott, sei Dank. Komm, was ist das heimliches Töten? Der hat ganz genau gesehen, wie ich jemanden gekillt habe. Es wird keiner markiert, das ist ein Witz. Es wird einer markiert von Banmoku in der Mitte des Raubens. Korrekt. Hier bin ich Huyo hochgegangen, hab hier diese... Scheiße, jetzt mal kaputt gemacht. Hier hab ich eine neue Taktik. Oh, jetzt kann ich sie nicht mehr machen. Ich glaub, einer hat uns gesehen, ja, ja. Ne, Achtung. Ich mach da schon seinen Dank hier weg. Fuck it. Ich glaub, der hätte dich kurz gesehen oder sowas. Wo war denn der Typ? Okay, warte mal, F1. Da ist ein... Na ja, Mann. Wo ist da hinten? Der gelbe. Wer sonst? Der da. Ne, ich hab gern mehr, was ich gefragt habe. Kann ich den Namen? Wir haben... Achso. Äh, warum nicht. Frau Beulich, geh zurück. Äh, ich mach mal kurz das Ding da weg. Warum hast du hier markiert? Äh, ich hab nicht markiert, ich hab Schotten gemacht. Ja, warum? Offiziell, sag ich nicht noch ein paar Leute. Nein. Alle tot garantiert? Ja, äh, kommt mal nach ne... Habe ich schon, aber... Ich glaub, hier war nichts in der Nähe, war da. Äh, warte, da, wie viel da ja noch da. Ja, er war hier weich vorhin, wo soll... Ach so, lol. Ah, jetzt kann ich wieder skillen. F1. Komm jetzt, wann Mogo, komm. Warum holst du hier so viele unterschiedliche Fähigkeiten? Äh, schon einfach eins machen. Ich will, ich will verschiedene Blut. Ich bin, ich bin ein Mann mit Klasse. Let's go. P.A. Gatte. Ah, und jetzt, es gibt so Feuer und so. Alter ist ja Avatar einfach. Das ist noch Feuer und Luft. Es gibt Luft, das ist einfach Avatar, man. Ja, aber nennt man vielleicht auch Elemente. Avatar. Nicht aus den Perioden. Aber machst du dann schwarzen Fleck gemacht? Wo? Da geht eben über Skitter, du... Konteron, natürlich, habe ich ganz genauer auf meine Aufnahme. Von mir, was finden wir? Fuck it. Ja, echt nicht tot. Okay, hallo, leh. Hussah! Das 1 Uhr morgen, Digga. Ey, ich meinte, wir nehmen, dass wir Kinder auf umziehen. Nee, das von eindeutigen Schattenflecken macht. Jetzt bin ich sogar ready zu wetten. Echt? Ja, das ist ja was unnötig. Vielleicht, wetten wir um eine kleine Pommes. Ja, ich bin nicht so eine Scheiße. Okay, wir wetten und Center Schock. Center Schock sind heftig. Das ist jetzt die Gleise. Ich nehme dich, nehme die ein Mittelwehrefe. Wenn du durchschattest. Ich ist gerne, ich finde Zitat der Schock. Oho, oh, 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 warte, warte, ich muss mehr über den Kuh. Nein, nein, nein! Hefe, Hefe! Kann ich nicht, ich muss gar nicht dabei sein. Hab ich alles gut. Arie Gussen bei mir war auch geil ziemlich knapp immer aber er hat ja noch ein Grund hier geschrieben auch jetzt hat er auch starke Nachricht zwei Minuten 16 erhielt mir bestimmt nicht an Prozent ich schreibe kurz Prozent Wörter gleich professionelle YouTube was ach so er kommt hat auch viele Abonnenten er habe ich glaube ich werde immer relevant als Kronk und Montana Blick zusammen und das ist ein bisschen als sie was die nächste Mutter an der Kschimmat meine Hälfte irgendwann relevanter sein als du und so heute Morgen Schimmers Flächen zu sein im drei mit mir und Memo als sie mich zu sehen Kugel ist so so kompliziert sie haben ein kleines Kild Prozent was das hier gibt sie noch jemanden kommen nach dem Bau wenn wir in der C wenn er zählt wird sein kann sie ja das Problem ist irgendwann mit uns ist in die Scheiße finde dass ich C&V nicht unterscheide zu sind Nene jetzt ist unser Niederwertes jetzt ist aber nur kacke aber Dinger was hast du für ein ah den Trickshot hast du gemacht welchen krass ja die Wette geht jetzt mit dem Center Shock naja was war das auf dem Boden ne Schatten ja da schon wieder ja das war das war aus dem Weg das hast du für ihn auch hä wo bist du wie bist du da reingekommen du Hacker bist einfach oben ja geht's oben ok ok ich kenne wieder erstmal alle oben ich geh da unten ja dann dadurch stelle ich dir danach dass die Bogenschützen sich nicht sehen und so oh oh da sieht mich jemand irgendwer ist gelb ah nee doch nicht also nicht meiner naja so ich hab wieder alle voll und ganz auf Cux hi jetzt ist einer auch gelb aber ich hab ihn auch gelb gemacht ja einer ist auch gelb hab ich auch gesagt komm zu dir komm zu dir ich hab ihn doch da hingeloggt dann musst du doch sagen dass ich Klingelglockchen gemacht habe ich doch gesagt du hast ihn angelockt nicht Klingelglockchen ach nein was soll das denn sonst heißen ich kurz üblich so kurz einmal um die Ecke hallo hallo mann ja wollte ich auch schnell künstler stimmt mal oh mein gott ich bin so behindert ich würde müssen denken ich bin bin ich auch wieder Dinge platziert was sind dabei war schon wieder meine Fähigkeit benutzt einfach so tauscht dir auch mal aus irgendwie zu Prozent nähe ich die ganze Zeit eh weil ich dumm bin wenn ich eine andere Fächer will ich auch die ganze Zeit einsetzen aber einer hat mich gesehen oder es ist rot nein sorry das ist zu rot ich war auf der Fallschirm will ich war ich das war ich ach so ok nein nein das war es doch nicht hä? warum hat er mich gar zehn Minuten angeguckt? ja das war ein Bogenschütze sind scheiße ach die sind echt scheiße ja ja das ist selten dass sie mal jemanden treffen die sind jetzt bei Ahnen das war es mit mir gestorben ja ich hab sie gesehen warum ich war schon drohen dann ist er einfach so umgefallen meine Fresse bin ich auch Dominik jemand ich kann nicht mehr wie die Tasten anders belegen ich kann die ganze Zeit einsetzen doch und langsam okay ich finde den Drachen cooler als die Schlange wohl beides coole ich merke die Schlange mehr oder ne ja das hast du schon mal letztes Mal gesagt ja es ist auch schwierig eigentlich meine ich schalte es mehr ja einmal die Animation von blauen ist echt geil äh von da äh was hast du gemacht eigentlich nichts aber der hat mich irgendwie gesehen wo du hättest auch in den Kommentaren es geht übrigens 22 Minuten natürlich Pech gehabt ja dann laden wir einfach länger Park so auch seit ihr selber dran schließt dass ihr so viel von dir wollt oder geht später viel länger ja 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 weil ich war mir noch aber es hat sich die Weise dann das immer ein Kapitel außerhalb er vielleicht wenn irgendwas ganz lange dauert dann machen müssen Zweierfahrt raus okay okay eine Stunde machen wir zwei Parts okay nicht für den Verfolg oder sogar in zwei Hälften zu machen also danach hat es ein schon Millionen zwei Zeit zu spielen auch der Tag was hast du denn sonst ja einfach bei 30 Minuten mal stoppen und dann auch bei 60 okay ja so voll bin ich also äh mach ich auch die dumme ist man nennen das auch super meinst du dass man das extra schneit und exportiert und dann nochmal macht ja ja ist ja das nimmste was du machen kannst ja du hast ihn Gott sei Dank gekriegt er ging mir so auf den Sack okay wirst du ja nicht mit dem Kunai ab ähm weil ich kein Kunai gelernt habe ich dachte ne ich wollte nicht scheiße sein hast du gesagt ach danke Mama Banmoku warte 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 weißt du es mal kein Banmoku okay ich hab schon ich hab am Anfang gemacht äh übrigens komm mal hier rein warte findest du mich Banmoku findest du mich hier ist keiner mehr finde mich okay okay warte mal okay das war die einzige Säule von 4 ne von 3 ne von 4 ne von 4 ne 3 ähm 1 2 3 äh äh ich bin krass äh haben wir den Kugel hier ne haben wir nicht den was die Kugel ach der hat so eine Nieder jetzt gehen wir zu Feuer oder was bläht waren wir nicht schön bei Feuer wie der Lass äh ne wir waren bei äh Wasser, Erde, Feuer Stimmt Schatten äh hast du gehört es kann mal eine neue Avatar-Serie gell und ich hab die alte nicht mal geguckt was ja ich ich konnte äh äh es ist wirklich guter Plot sogar ich gehe ich konnte mir 145 äh P und äh 4 zu 3 nicht geben zu lange hast du kein Netflix? doch das ist auf Netflix so das ist in 145 P in 3 äh 4 zu 3 Format das konnte ich nicht 144 ja never ever doch das ist richtig scheiße hm ich wollte es gucken weil ich wirklich glaube dass die Serie gut ist und ne ne die Serie ist einfach gut aber aber das müssen wir wir ändern dich ja du musst dir hier gucken die ist echt geil mann hab ich zweimal ge-reboot in einem Jahr ganz ganz weird warte mal wie viel äh oh mein Gott ich bin so dumm schon schon wieder verwechselt genau ne Schuss ach 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 das war ja nicht so ich sag dir wie es ist irgendwann wenn wir deswegen sterben und ist so beim Boss oder sowas äh mich haben zwei Leute bemerkt ja warte dann lass ich gehen jetzt schon wieder vertippt einfach geklappt wie kann man denn so dumm sein ich muss es anders hin stellen C und 4 ja wahrscheinlich 4 ja äh V machst du mit dem Daumen und äh C machst du mit dem äh Zeigeflin äh mit dem ja eh mach ich ja auch so aber aber ich denke mir dann so was ist denn nun mal C oder V oder du dich einfach V und dann ah das war doch nicht V krass ja so röf ich die ganze Zeit schon ab weil nämlich eigentlich wenn ich äh durch Sprinte und Schatten habe äh was wird Schatten und wenn ich dunkel bin äh ja 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 du musst sogar selbstverunsicherheit musst du nochmals gehen dass du äh dass sie keine Schritte V warte mal hier da ist schon wieder vertippt ja das ist keine Sorge das das geht nicht darum muss gerne was auch so ich wieder nicht willkommen obwohl wir vor zwei Sekunden drüber geredet haben äh ich hab ein Problem nein aber der andere glaube ich lieb nicht außer warte hier oben ein Schwager ja 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 Töte röre Töte röre wir haben die blumen schärregt jesus ja ich bin gleich hingelaufen ok erstmal konzentration ok fullhastcore rap so verdrückst du dich denn so oft ich weiß es nicht ich weiß es einfach nicht weil es ein bisschen behinderte steuer mit bisschen behinderte steuerung es gibt es gibt so dass ein bisschen behindert ist ich kenne den hier links nein ich mag die ziemlich gerne kenne ich meine einfach auch dass man wenn man zwischen diesem skimmel der tasten lieben muss oder ich gehe kurz so schnell ja okay das ist behindert aber das ist mir nie aufgefallen weil ich nie lehrt hast für sowas okay der eine kommt warte ich habe einen trick ich meine jetzt auch er willst du mich verarschen in sake dafür habe ich dass es geht jetzt ist sei geplant aber diesmal er kann ich auch kein gelassen weil er du blöd hast auch nicht mehr richtig genommen oh ja er war einfach nur zu verwegen nur auf ach so dass einer ja so was und das kann ich mir bei mir ich werde wenn da ein bisschen ist hier unterwegs sind alles mutig eh es kann sein Typen kennenzulernen bei der Leichter Prozent nach dem Weg dann brauche ich einen Weg in der Sätze Prozent und die Achtung die der was so er hat nicht er ist gesetzt aus der Fülle Genie ich kann ihn noch weg machen hier irgendeine Tür ist offen hier komm her, schlange es aber auf, cool Spaß hast nicht gesehen wie ich an den Weg freu es auf ja übrigens jetzt kommen mir die ganze Zeit welche also wir müssen ah ne Quatsch das war mit mehr so als wir einen No Kill Run gemacht haben ach so warte mal kurz aber ja er war gewollt worden auch nur gucken ob jemand da ist ich wollte nicht gucken wo die schriftrolle ist die schriftvolle er hat sie es lief würde und ich habe ich sie gedrückt okay jetzt wieder zurück da das level fand ich cool weißt du schon bei welchem äh ja ja aber bis jetzt weil man so überall so viel verschiedene dinge machen musste dann mir jetzt so ein großes zu gib mir so ein bisschen mario feelings ja das wird jetzt auch mario feelings geben ist bauser da so ähnlich oder ein komper ich mag es gerne ich mag es gerne eine Münze ein folternehmender Mario jurims in der scene sieht man immer nur seinen eigenen Charakter das ist mir gerade aufgefallen aha ein Auge ein Reiskorn ein beknacktes Haus ganz verlesen aber er war er hat wer der Kuhler wie mein Vater nach hinterher ich bin noch er hat die volle der korea ruf an ein bei mir wie ein weiter hat sogar es war der dieses gespräch korea was hat vertreter er die 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 ihre die 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 U.S. Akurio Was? Mal weiter Ich hab's schon Okay Oh, das war ja Och, Digga, das kann ja Ich hab die richtige Frau gestimmt Was, die richtige Frau gestimmt? Oh, das war ja Ich bestellte sich der Kaio-Invasion in der Praxis Von der Gegend Er hat sich nicht gut überlebt Ist aber später in der Zeit nach dem Ende Der Kaio gleichzeitig geraten Ich weiß nicht, ob er es geschafft hat Oh, wie fair Ah, Ausstufezeichen Erdbeben Rihorn setzt Erdbeben ein Nein, so eine Art Ah, wie cool Ah, muss man so drüberjumpen und so Nee, man kann nicht jumpen Teleportieren Man kann nicht jumpen Wie geht's jetzt hoch? Äh, teleportieren Ach so Du musst auch energie nahe laden Der wird tot Sag ich mich umbringen lassen? Ja, ja, ich will das schaffen Ich will das schaffen Okay Wir haben ja hier keinen Zeitdruck Du lassst immer nur hinter mir sein Weil du bist so gut in dem Spiel Ja, eigentlich müssten wir gleich einen Cut machen für den zweiten Part Warum? Weil es 30 Minuten sind Aber egal Ja, aber es wird ja jetzt nicht nochmal in gleich Minuten gehen Ja, ja, eben So Ach so, da geht's hoch Du musst auffassen, hast du nicht direkt Ach, es dreht sich die ganze Zeit Ja Äh, zweiter und hier ist der erste Musst du Ich würde immer in Bewegung sein Bin ich Alter, wie klappt das war Was? Du warst genau so ein zweites Mal Also es war schon für so zweites Mal so Ich bin sehr gut, also Gott sei Dank, er war schon mal fast gestorben, ob er so dumm bin Easy Bis gut, dass so was gibt Der Verhalten ist jetzt abgekattet, dann nochmal so eine Minute Part Das ist ja klar Das ist ja nicht Wir müssen wir sehen, dass wir wieder sind Wir sind mittlerweile Ding, wo Ding, wo Ding, aber mal mache, macht sie da Handzeichen Biss ich auch Aber da kann ich was ich hatte schon das ist das ist ich muss aber dann haben die nicht mehr die verwendet keine Ahnung oh mein Gott ich habe gesehen wer das war Nächse für dich genau so vor wie ich es vorhaben will mein Kopf ich wollte das AG 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 mein Kopf mein Kopf was ist los der Krieg Nisoku und Jaiyo wie alles es muss für das alles einen gut geben die Vision verraten es wichtiges über den Krieg aber es stehe nicht was ja ja den Krieg das habe ich doch gesagt oder diese Erinnerung handelt von dem Krieg Punkt von einem was von dieser Gegend von einer Gegend sie müssen aus der Vergangenheit einer anderen Menschen kommen wenn sie Quatsch so wie ich deine Erinnerung sehen kann aber dieser hier gehöre zu wer könnte wie süße und moderater aus der Ferne und du also du liest dich versorgt das steht so See Punkt 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 ich kann es mir denken hast du das wirklich bist du so dumm ausrufungszeichen ne jetzt musst du wieder ausrufungszeichen ich müsste mich hier schreien weil ich nicht ausrufezeichen sagen ja ja aber ich weiß ich habe es schon mal letztes Mal gesagt der Generaldeck ho ich hätte mich noch hier gesehen das war eine vorderste Weile so wie ich sie jetzt herab es gibt ja noch gar nicht warte warte was sagt er das Ziel die Erinnerungen sind also seine bin ich auch an ihn gebunden heißt das mein Ziel ist es dich zu retten sondern ihn zu töten nicht es ist nicht dich zu retten ja ich habe Angst ich habe schon ich bin so gut im Leben die Liebe zu schabieren Janikow die könnte ich benutzen die könnte ich benutzen Janikow gibt es da ja also ich wurde entdeckt hat ihn dann aber doch mit dem Schi Sui was hab ich mit dem Schi Sui Digga mit diesem schwarzen Loch egal wenn wir alles wir machen dann 1 und 6 stunden paar den wir alles nochmal nachmachen ohne kills und sowas machst du echt? machst du mit? also ich würde das machen gerne aber Lenny hat Kian gesagt so ja ja das mache ich ich werde das Spiel voll ausschöpfen er hat nicht mal zu Ende gespielt ich glaube er würde es dann mit mir spielen aber auch gar keinen Bock dann hätte wir wächst uns einfach ab du machst es manchmal mit ihm und ich manchmal mit ihm ah neue Aufnahme als 6 ja ach ja stimmt verpisst euch